was wäre diese veranstaltung ohne die kategorie des besten comics 2020 und die wird präsentiert von ihm hier sehr geehrtes auditorium meine damen meine herren den besten comic des jahres 2020 auszuwählen diese arbeit habe ich mal schön abgegeben und zwar an euch auf verschiedenen social media plattformen haben wir euch die möglichkeit gegeben uns eure toptitel des vergangenen jahres mitzuteilen und da sind wirklich viele titel eingegangen aber seht selbst eine studie in smaragd grün rocky beach sapiens der aufstieg infidel space bandits biru in berlin batman der weiße retter the crow the end something is killing the children x-men der gold junge gideon falls little bird lucky luke fackeln im baumwollfeld die alten knacker coach crew und viele mehr und gewonnen hat the crow starke bilder eine starke geschichte und ein sehr starkes vorwort und stammt zu recht der gewinner des goldenen stands für den besten comic 2020 so so